Ist denn mein Volkow, mein Starter mit hinten? Das ist ja eben ein Traum, denn Volkow ist eben verlassen. Doch, Volkow ist mit hinten, alles gut. So, Jungs, dann würde ich sagen, eine Einführungsrunde. Der Dursten darf nach hinten fahren, wenn er genug Strom hat, weiß ich nicht, bei sechs Minuten, dass die Reifen nicht kalt werden und dann geht's los. Ja, der Max rennt doch schön. So, Volkow, du musst dann mal den Robert ein bisschen leichtes schütteln, denn da werden jetzt in der Schottestellung wieder alle wegmesen, weil die in der Schottestellung stehen. Ich lasse den Robert jetzt durchschwimmen. So, und jetzt in der Schottestellung, ruhig und schürzig. Frank stelle dich ein bisschen an den Rand, wenn Robert kommt. Ja, lacht jetzt nehmen. Der Volkow klopft sich schon auf die Schulter. Wie soll ich es denn jetzt sagen, dass er langsam machen soll? Das ist halt alles nicht so einfach. Ja, ich hab da schon so ein bisschen meine Bauchschmerzen. Antonio, du fährst grad so, wie du katten musst. Dino, Entschuldigung, ich muss das so ein bisschen... Ich finde halt, das ist ein bisschen bei so einer Spaßveranstaltung ein bisschen... Also, wenn jetzt der Pinkfabende mal seine Fuchs zünden würde, und Antonio jetzt die Beine zusammenfasst, können wir losfahren. Vier... Drei... Zwo... Drei... 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 Drei Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017